Und, schon gespannt auf die Neue? Sie fängt nächste Woche an, hm? Ja, ich denke, das wird schon. Wird vielleicht ein bisschen tough, gerade so am Anfang. Ach, bestimmt bringt sie hier frischen Wind rein. Hast recht. Ist ein perfektes Timing, das Team zu vergrößern. Sie wird sich schnell einleben. Wie war der Name nochmal? Na, wir hatten doch Julia gesagt. Julia? Julia. Hallo, Julia. Kaffee? Danke, Daddy. Und wenn's Zwillinge sind? Na, dann müssen wir noch einen Tee machen.